Ich war zu Hause und unter meine Wäsche gewaschen und jetzt bin ich, bin ich, ja, ja, wo bin ich hier eigentlich? Eine Insel aus dem Himmel. Wenn der Schatz, der Sonnenuntergang nicht hier ist, dann wirst du für immer auf dieser Insel bleiben. Was ist euer Problem? Es ist nur Plastik. Das hier ist ein hoch anpassungsfähiges, hienisches, lustiges, technisch-ortschüttliches System zur Aufbewahrung von Nahrung. Wenn wir ihm nicht helfen, findet ihr den Schatz doch niemals. Ich bin dabei. Das ist alles nur ein Traum. Das Mikrofaser-Moor. Das ist kein Traum. Plastik ist schlecht. Das habe ich verhielt, ja, und es gibt zu viele, aber viel, zu viel, zu viel. Aber ich, ich fenne meine Möse. Inke Groß. Seid ihr bereit für eine neue Zukunft? Das war's für eine neueanç uno. Das war's für ein Fast-Warten. Das war's für ein längst maskingleon. love пятig. Das war's für ein mehrRobot in der